Es ist soweit. Wir starten unseren eigenen YouTube-Kanal. Herzlich Willkommen! Wir haben überlegt, wie wir anfangen und welche Themen der Kanal überhaupt haben soll. Da in unserem Leben irgendwie immer viel passiert. Gar nicht so einfach. Darum springen wir jetzt ins kalte Wasser. Wir schickten fast täglich Nachrichten und kleine Videos an Freunde und Verwandte. Ganz schön viel Arbeit. Nun fassen wir hier alles für dich zusammen. 2020 war ein Jahr der Veränderung für uns, denn wir sind von der Stadt aufs Land gezogen. Wir kriegen heute unser Zuhause. Als im März der erste Lockdown in Aussicht gestellt wurde und wir gar nicht so recht wussten, was das eigentlich bedeutet, kündigten wir unsere Wohnung und kauften uns einen eigenen Wohnwagen. Damit sind wir dann in den Garten gezogen. Machen wir so, mein Schatz. Deutsche Ingenieur, machen wir so, kein Problem. Nur sagt er, ich soll nicht arbeiten. Und jetzt muss ich hier stehen und halten. Apropos halten. Als erstes legten wir Hochbeete an. Modell. Nicht ganz ungefährlich. Ich komm mit hin. Ich kann selbst entschieben. Das ist gut. Danach bauten wir Gewächshäuser und Pflanztonnen. Wir tüftelten eine Aquaponik-Anlage aus. Kauften uns drei Hühner. Und bohrten einen eigenen Brunnen. Die Kamera war fast immer dabei. Im Sommer kamen Freunde auf uns zu, zeigten uns ihren neuen Songs und baten uns um kreative Unterstützung. So hüpften wir kurzerhand mit an Bord und schufen die Kunstfiguren DJ Berlin und Hukara. Wir, das sind Melanie und André. Ein Kreativ-Duo aus Deutschland. Wir sind Designer. Warum die 42? Die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem lautet 42. Nein, doch. Ein kleiner Drecksack. Ach ja. Der Herr Schalupke. 65 Kilo Liebe. Der Knaller darf natürlich nicht fehlen. Wir haben ihm einen Hundepool aus unseren alten Klamotten gebastelt. Das sieht geil aus. Denn nebenbei haben wir mit Sport und Yoga ordentlich Gewicht verloren. Bei André waren es fast 40 Kilo. Nun darfst du gespannt sein, was wir hier auf die Beine stellen. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, schreib uns eine Nachricht oder hinterlass einen Kommentar direkt unter dem Video. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du dran bleibst. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.